Ich habe nicht von der Politik so viel Ahnung. Ich spreche eigentlich als Frau, als Mutter, als Mensch zu Mensch. Und was ich hier sagen möchte, ist eigentlich seit vielen Jahren verfolge ich, dass es immer schlimmer wird mit uns. Sie drücken uns nieder, Ihre Taschen füllen Sie und Arbeit gibt es auch keine. Wir sind nicht froh, wir sind fleißig! Untertitelung des ZDF, 2020